Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Heute habe ich zwei Neuerungen und diese zwei Neuerungen würde ich euch gerne vorstellen. Einmal ist es ja so, dass wenn man mit der Maus über so ein Element fährt, wird nur das Element auf der Karte angezeigt, alle anderen werden ausgeblendet. Diese Option wollen einige Spieler nicht, das ist okay, das ist gar kein Problem. Deswegen gibt es jetzt in der Leitstelle die Option, diese Funktion auszuschalten. Dazu einfach eine Leitstelle bauen, wenn ihr sie noch nicht gebaut habt. Die Leitstelle ist übrigens kostenlos, kostet keine Quads, keine Credits, kein gar nichts. Könnt ihr einfach bauen. In der Leitstelle gibt es die Einstellungen und da gibt es jetzt den neuen Punkt, bei Maus over die Elemente auf der Karte ausblenden, die nicht aktiv sind. Wenn ihr das aktiviert, dann werden die ausgeblendet. Wenn man das deaktiviert, dann ist es so, dass wenn man jetzt hier mit der Maus rüberfährt, dass dann nicht mehr die Elemente ausgeblendet werden. Ich persönlich finde das ganz gut, deswegen habe ich es ja programmiert. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann könnt ihr das einfach deaktivieren und dann habt ihr das alte Verhalten wieder, wie es vor dem letzten Update war. Dann gibt es noch die Option, jetzt die Spielgeschwindigkeit weiter zu beeinflussen. Die Einsatzgeschwindigkeit. Die Einsatzgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der die Einsätze im Spiel generiert werden. Wenn ihr also mehr Einsätze bzw. schneller neue Einsätze haben wollt, könnt ihr das damit einstellen. Normalerweise werden die Einsätze im Abstand von so circa einer Minute generiert. Das Ganze kann man schneller machen, auf 30 Sekunden. Und jetzt gibt es auch noch den Turbo. Da werden die Einsätze im Abstand von so circa 20 Sekunden generiert. Das kann mal ein bisschen weniger sein, mal ein bisschen mehr. Das sind immer so grundete Werte. Der Turbo kann nur mit Premium Account aktiviert werden. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das gerne machen. Das war es von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Spielen. Würde mich auf eure Kommentare freuen. Wenn es euch gefällt, diese Funktionen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es sein. Dann würde ich sagen, hören wir uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.